Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, für das neue Jahr 2020 wünsche ich Ihnen von Herzen alles erdenklich Gute. Ich war heute schon bei Polizei und bei der Feuerwehr und habe das Neujahrsbaby begrüßen dürfen. Also für mich geht es schon voll los und ich hoffe auch Sie können gesund und mit Zufriedenheit in das neue Jahr starten. Wir haben uns wieder viel vorgenommen, dass wir attraktiver wird, wirtschaftlich stärker, dass wir klimagerecht handeln und dass wir unsere Kinder gut betreuen und bilden. Ich glaube die Voraussetzungen in der Kleeblattstadt sind gut und ich freue mich auf persönliche Begegnung und danke für Ihre Unterstützung unserer Arbeit hier im Rathaus. Ein wunderschönes Jahr für Sie und Ihre Lieben. Ihr Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung.